Ich habe mir noch ein bisschen Kohle. Und gehe dann direkt wieder nach Hause. Denn ich habe das Gefühl, es wird wieder dunkel. Oder ist es hier drinnen nur dunkel? Da ist mein Zuhause. Dann ist es hier drinnen nur dunkel geworden und ich habe mich vertan. Und Aluminium Gravel. Ja, habe ich jetzt natürlich nichts zum abbauen. Schade. Erstmal Kohle abbauen, denn es macht ja so viel Spaß, etwas abzubauen. Das kann ich nicht abbauen. Schatz. Auf jeden Fall mitnehmen. Kann ich alles nicht abbauen. Das ist sowas von unfair. Das mag ich überhaupt nicht. Oh, irgendwo unten da ist ein Skelett. Aber als erstes hätte ich gerne Copper und Zinn, damit ich mir Bronze Sachen machen kann. Sehr wichtig für mich. Iron Ore. Oder auch Iron. Wow. Gut. Ja, komm. Okay, was war das? Keine Ahnung. So. Ich hoffe, ich habe noch was vom Tag. Denn ich muss ja auch irgendwie hier wieder raus und nach Hause. Und darf dabei nicht sterben. Als wäre das alles ja für die Katz gewesen. Und das mache ich jetzt auch am besten. Oder? Ich habe noch Zeit. Gut. Water Breathing. Cool. Also hier bekommt man scheinbar auch schöne Sachen, wenn man hier was abbaut. So, Copperohr ist ziemlich wichtig. Ups, Entschuldigung. Das baue ich nachher genügend. Ähm. Werde ich auf jeden Fall brauchen. Oh. Ja. Das ist so ein... Ich muss mal nicht da hingehen. Darunter baue ich jetzt auch nicht ab. Appetite Ore. Weiß ich auch nicht, was es ist. Weiß ich auch nicht, was es ist. Separation. Kann ich nicht abbauen. Jump Boost. Okay. Da ist noch Eisen. Gut für mich. Oh mein Gott. Ich kann jetzt, ich glaube, zwei Blöcke hochspringen oder so. Ja, ist super, wenn man keine... Rüstung hat, die das auffängt. Hier geht's raus und nach. Boah, ich finde immer mehr. Ja. Ich bin jetzt auch schon voll. Das bedeutet, ich kann jetzt nur noch das mitnehmen, was ich... schon im Inventor habe. Gut. So. Ha, ich habe auch diese Nachfüller-Sache. Das ist doch schon mal schön. Dann einmal nach Hause gehen. Da ist es. Denn die Sonne geht schon unter. Komm, Sprinter. Da vorne ist mein Haus. Ups, was ist das? Trops. Kenne ich nicht. Brauche ich hoffentlich auch jetzt im Moment nicht. Ich habe mal wieder vergessen mir. Ja. Coal, äh, nach unten natürlich. Oh mein Gott, was habe ich denn hier alles für Kristalle? Gut. Ich baue mir am besten noch so ein... Furens. Hier neben. Fülle den mit der Hälfte der Kohle. Nehme hier mein... Kohle kommt natürlich nach unten. Das Kopper rein. Order Shard. So. Wie ging das nochmal? So. Furent Brock. Sharpless Crafting. Uranium Prozessor. Okay. Scheinbar. Ah, hier kann man auch. Also scheinbar... Ach. E. Usage. Nein, da war ich gerade. Was kann man mit R machen? Recipe. Gut. Okay. So. Kappa Ingot. Vier Stück. Schön. Ist auch schön. Ähm. Ja. Komm, ich baue mir noch eine Kiste. Für den unnötigen Scheiß. Am besten mehrere davon. Und stell die ganz nach oben hin. Kisten habe ich ja hier gelernt. Oder habe ich gesehen. Oder gelesen. Weiß ich jetzt nicht mehr ganz genau. Oder ich weiß es noch. Ich kann es mir nur nicht dran erinnern. Sind nicht mehr das Beste. Um Sachen zu lagern. Sondern. Was ist denn das? Usage. Magma. Okay. Weiß ich jetzt nicht, was das bedeuten soll. Fire Shard und Order Shard. Komm, tun wir alle mal hier rein. Brauchen wir im Moment nicht. Ich weiß wirklich jetzt noch nicht, was man damit macht. Aber bestimmt klärt sich das während der Zeit. Oder kann ich die einfach auf Sticks drauf tun? Das wäre ja eine geile Idee. Sticks. Kommt her. Und. Nein. Nein. Okay, also sind die für was anderes. Gut. Gut. Boah, die sind zwar Mist. Die gehen mir auf. Naja. Tut mir leid. Aber das Ganze muss noch leiser gedreht werden. So. Was haben wir denn noch? Wart mal. Haben wir hier irgendwas, was zusammenpasst? Kann man das zusammenpasst? Nein. Gut. Dann muss ich mir nachher noch die Sachen vom Trinkers konzentrieren. Genauer durchlegen. Äh. Oh, nein. So. Und. Zu damit. Boah. Unbedingt. Boah, sind die Zombies penetrant. Puh. Iron Ore. Schön. Was reicht das denn alles? Erstmal. Hellen. Dann. Brustplatte. Ich hoffe, ich verschwinde die jetzt nicht einfach so. Dann. Schuhe. Und zum Schluss. Schwert. Nein. Ein Schwert. Spitzhacke. Kann ich den besser gebrauchen. Schwert mach ich mir aber noch eins. So. Ich glaube, das wird ziemlich langwierig. Was ich hier machen möchte. Zum Schluss. Woher geht mir auf den Geist da unten. Tweetfab nehme ich auch, weil ich bin. Das auch nicht. Das zieht's auch nicht. Ichlingt. alfschkart. Vater. Ja. Ja. Dein. contemplation. Vielen Dank.